Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Magical. Ich wollte mich noch dafür entschuldigen, dass man mich in einigen Videos nicht hören kann. Und ja, deswegen werde ich aber auch jeden Tag zwei Videos hochladen, falls ich das schaffe. Und ja, viel Spaß noch mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt mit so circa 29 Leuten. Hallo, hallo, hallo. Ja, Mann, ja, Mann, Poti. Also für alle, die es noch nicht wissen, es ist ein Projekt mit so ungefähr 90 Mods und ist doch egal. Ich habe ja gesagt, ungefähr. Und es wird auch ein paar PvP-Events geben, aber ich denke, das haben die meisten schon auf ihrem Kanal erklärt, deswegen. Dann kommt mal mit. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal ein Video dazu. Ja, Pech, das juckt niemand. Halt die Klappe. Ähm, auch wieder vertreten, weil wenn Minecraft kommt, dann ist schlecht. Ich habe hier aus Redzone ein automatisches Schienensystem gebaut und ähm, ja, es ist, ja, vollkommen automatisch und damit ihr schnell halt von hier nach da bekommt. Ja, kommt. Weil die Teleporter funktionieren halt nicht und deswegen müssen wir das benutzen. Was ist das für eine geile Tür? Oh, ja. Ah, blüppst aus. Ich liebe diese Tür. Ja, hier ist ein... Mann, so wie ein Gebäude. Mach die Leute raus, tschüss. Bringt die Leute um. Das von mir in Design worden ist und hier sind, ähm, ein paar, also das, die Wending-Blöcke hier, wo ich gerade stehe. Hier, Leute. Hi, was ist mir hier? Was ist das für ein Haus? Ähm, die sind von Momo, da könnt ihr Beacons erkaufen und wer schlägt sich hier raus. Ist das immer auch der Kahl oder wie der heißt? Oh, ja, ein Flachbildschirm, mein Hut heißt auch Kali. Was, leu? Mach mal raus. Geh mal rein, Kali. Geh mal rein, Kali. Mach mich raus. Du darfst nicht raus. Ähm, geht die auch über so roten... Hier ist ein kleiner Bildschirm in Gold, also auch nicht zu übersehen. Und hier sollte zukünftig eine Uhrzeit stehen, aber das ist gerade, weil wir den Server neu gestört haben, nicht zu sehen. Siehst du auch so... Oh, wer schlägt sich hier dann schon wieder? Du hast echt neu, dann sind die immer da. Ich hab hier, wo ich gerade stehen... Das ist alles gerade ziemlich verworlert. Redsumschaltung. Und zwar könnt ihr hier, steht ja da, ihr könnt Blütenblätter halt gegen die mystische magentafarmene Blume tauschen. Und was bringt das? Ähm, weil die... Das ist für Botanica. Ja, genau. Ja, weil die Blume ist halt schwierig zu craften, deswegen ist dort so vielleicht 15 Sekunden, oder? Ja, also, bis ihr das bekommt. Und ihr bekommt auch wirklich, wenn ihr irgendwie ein Stack rein tut, ein... Zurück. Also, das ist ziemlich genau, ist das nicht so, dass ihr alles... Dürfen wir jetzt langsam mal woher... Nee. Schau jetzt ab. Tschüss. Ich bin hier raus! Ich bin ein Star! Lass mich hier raus! Nein! Bleibt alles drin! Okay. 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 Geht das vielleicht ohne... Es ist immer noch ne Regen. Also... Jetzt, wo alle hier sind... Und das Mike hat sich kaputt. Super! Wui! Äh, jetzt, wo alle da sind, dann lauft los und... Ja! Ja! Boah! Wir dürfen jetzt unsere eigenen Channel... Ihr dürft jetzt in eurer eigenen Channel... Ja, ja, ja. Ähm, desto besser... Also, desto mehr... Äh, desto besser... Äh, desto besser. Weil ich mich mit 4 Motchen noch nicht auskenne. Aber mit ein paar. Ach, Melonenkrieger ist der Teammate von Momo. Ja, genau. Ich, äh, mein Teammate... Mein Teammate hat mich in den Stich gelassen. Ich brauche jetzt neue. Ach so. Ich bin einsam. So, looten! 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 Jetzt direkt eine Aufnahme machen, oder? Ey, Streamer! Ich würde überlegen, nämlich erstmal jetzt vielleicht auf eigene Faust wissen was zu machen. Hm. Und dann erstmal so alles... So... Weiß nicht... Langsam anzugehen. Ach, hier sind schon ein paar, Melonen. Drei Kisten waren da! Oh! Das wäre Jackpot gewesen. Dann hol ich mir jetzt erstmal ein Schokobo. Ich auch. Da... 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 Wo bist du? Mann... 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 Warum... Mann... Ich... Ich... Da... Ähm... Ne, ich zähle mir grad einfach ein paar Schokoboos. Ja, ja, ich hab's schon bei Spawn gesehen. Ich komm jetzt. Ja, 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 ja. Ich geh jetzt erstmal mit meinen zwei Schokoboos zum grünen Strahl. Wir müssen dann so schnell wie möglich einen Sattel machen, damit wir reiten können. Ach, da oben bist du. Ich bin hier... Hier... Aua. Na komm! Na komm! Okay, das eine haben wir verloren. Ich hätt noch was drin. Oh, leck. Ich auch... So, erstmal ein paar Ananas geholt. Na, ich bin jetzt hier unten am Berg. Ja, ja, ja. Erstmal jetzt auf das Schokobo warten. Ich hoffe, hier werden... Was denn? Okay. Na, Mann, ich hab das zweite verloren. Okay, dann... Ja. Dann suchen wir uns jetzt schon... Falsch. Äh... Ich würd... Ich hätt ein... Ich hätt ein... Ich hätt ein neben dir gebaut. Hätt ein noch ein da... Er hätt ein... Aber es gibt noch ein zweites daneben. Das hol ich mir jetzt. Wenn's noch nicht gelootet wurde. Scheint ja... Ja... Ne, das ist anders. Aber die Bücher können wir gebrauchen. Ein bisschen leckt es doch. Und ich... Auto-Jump an. Steuerung... Oh, so. Ja, ich konnte ja nicht mitmachen wegen meinem Teammate. Man kann ja bei F7... Die Monster-Spawn-Bereich sehen. So, ich hab ähm... 39 Bücher. Wo bist du? Achso, da unten bist. Da unten bist du. Ja, ich... Ähm... Machst du mir mal Steinwerkzeug? Oh! Ja, war's mal Kristalle. Gut, weil... Ich bin... Ich bin Taumkraft-Suchti. Also... Bei... Bei... Den Sky-Projekts hab ich nur Taumkraft gesuchtet. Hast du noch zwei Sticks? Dann kann ich mir gleich eine Holz... Ähm... Steinpücke machen. Danke. Wurde es ausgemacht? Ah, ähm... Das... Ähm... So, was sind das für Kristalle? Wie ist die Krustalle? Ich glaub, die waren sogar selten. So, das... Das müsste... Okay, das braucht man... Äh, stimmt. Steinpücke wollte ich machen. Naja... Aber ich bin so jemand... Der... Muss einfach... Leck frei spielen können. Das ist ja unzufrieden. Ja, ich... Das müsste Electrum sogar sein. Ne, Kupfer. Kupfer sieht seltsam aus. Die ist sogar relativ belissend, finde ich. Was mich wirklich wundert. Versuch... Äh... Äh... 1.12... Denk dran, 1.12... Skelette wurden genervt. wir müssen dann eigentlich so schnell wie möglich slimes töten für eine slingzut also falscher name glaube aber von tinkers konst war da können wir uns dann hoch in die luft schießen nee es gibt dann noch slime schuhe die den die jeglichen fallschalen federn also anti fallschalen dann alter vier creeper und skelett legt mich das konnte man nicht abbauen also kristalle habe ich glaube jetzt erst mal jetzt noch ein bisschen bis monster dann kommen und nicht töten da sind schon die ersten kandidaten ja ist jetzt auch wo bist du bist du bist du hast du bist noch nicht da hinten bist du okay das ist wichtig aber ich brauche mal jetzt ein bisschen holz was diamant ja ich brauche hier gerade noch etwas ja ich weiß ist gestorben ich bin in der nähe von diesem zweiten dunklen ding wo wir die bücher gefunden haben bist du wo bist du anzeige oh gott mein oh gott mein was so bist du das schweig aua bin ich was bin ich bei mein skin ist bei mir so verpackt mit wässertaste hat man die morph mod geöffnet naja kurz mal verwandeln wie das geht es ja dann erwartet ich kann mich nicht zurück ach so du kannst dir eigentlich merken dass ziemlich bei ok es ist so ziemlich bei 0 0 0 so dann würde ich mal nach da hinten gehen da ist zumindest noch eine slime insel ja das auch dann haben wir zumindest schon mal so der start open der start ok hier wollte hier wollte schon gut ach so du bist schon wieder drauf hallo hier hinten wir brauchen auch mal einen platz zum bauen am anfang ist halt ziemlich verpeilt besonders wenn man dann noch lexer beziehungsweise server legt so ist verdanklich da hinten ja auch wenn es aber hier sitzt da hinten sitzt auch gut einfach wenn man die fläche entlang guckt ist meine schankgrenze so gering seht ach jetzt sehe ich es aber ich habe verfliebt damit der pass nicht allein so wird da es scheint ungeplündert du meinst du schmiede ach so eine neue stimmt dann schade dass jetzt keine voicemod mehr geht so miteinander reden was ja ist die was ist denn das garden share ich hätte es aber nicht gedacht so da hinten ist oder ich komme davon nicht ach so langsam auch ja und fäden aber war es doch auch und leder oder nicht wenn ich das kraftenrezept ja fäden werden schwer es seiten nee 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 ich glaube man kann in dieser version wolle umtauschen den fehlen also einfach umkraften war das nicht so war ach so das meinste oh gott ich bin weg oh nein das eiterste pineapple also die ananas bringt mega viel das ist jetzt nicht dein ernst wir brauchen jetzt erstmal rüstung und kliber der macht massen massig damage ja ja was braun ich habe eine picke ok das geht schon schon dabei nummer 1 und da ist noch ein zombie also gegen tom gegen monster bei lex zu kämpfen ist sehr gefährlich so weiter und werde jetzt nicht in die schläger laufen ja ja stimmt habe ich gerade vergessen aber bei lex weiß man nicht wann man wieder der zweite hat jetzt die ja helfe mir mal bitte dann kann ich schon mal hält das kann man nicht öffnen na und was ist das kann man das abbauen ich kenne ich glaube die sind richtig selten regenerations trank und behältig okay dann lass wieder raus er hat es eigentlich wirklich ich habe ne haben wir nicht meins auch deswegen umso wichtiger dass wir jetzt schnell ein haus bauen darf ich sagen im dorf ist immer schön gut dann baue ich da unten am besten ja da unten ist gut auch hier ist sogar ein kleines feld mit essen geil ähm durfte man sich bei anderen spielern klauen ach dann ist perfekt wer ist meine kiste so oh klar ich baue schon bäume ab aber ich hasse es bei lex bäume abzubauen das war's dann mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen und der nächste teil kommt um 16 oder 18 uhr aber nie nicht vergessen und schööööööööööööööööööö wir sind ja wir sind ja